und herzlich willkommen zu minecraft let's play Folge 90 glaube ich und wir befinden uns in der let's play welt es hat sich etwas geändert ein kleines bisschen was geändert was es nur ist ich weiß es nicht nee wir sind hier wie gesagt in der let's play welt wie man sie kennt was ist sind das hier da muss man ja gleich ändern ist es ja fisch am bau nee wir sind hier in der let's play welt es hat sich ein bisschen was geändert schäder mod und so ne sind da ja auch von der aufnahmetechnik ich nehme jetzt mal mit die story auf und hoffe mir dadurch auch eine bessere qualität an videos und natürlich auch an der soundqualität weil die soundqualität einfach miserabel ist gewesen hoffe ich mal gucken wie es jetzt in der aufnahme ist beziehungsweise jetzt wenn es auf youtube red mal gucken ich bin ja noch gespannt ich bin da am rumexperimentieren jetzt auch mit den render einstellungen auch mit der bearbeitung mal gucken ob das alles so läuft wie ich will kann ich noch nicht versprechen aber wir werden das ganze sehen und ich habe hunger also jetzt hier in minecraft wobei im rl habe ich auch ein bisschen hunger muss ich sagen so ein bisschen was essen wäre jetzt schon cool was haben wir denn pumpkin seeds hier haben wir brot nehmen wir mal das brot und essen mal ein bisschen was und es hat sich auch so ein bisschen was geändert wegen hier hier pc und so eine pc leistung ist jetzt ein bisschen besser wie man auch sehen kann dass ich jetzt im schilder mal sogar aufnehmen kann bin jetzt konstant bei ja also konstant nicht 60 50 fps ich hatte davor so kleine mikro ruckler drin also wirklich ganz ganz kleine mikro ruckler das war ein ganz ganz kleiner unterschied hat man also was ist ein ganz kleiner unterschied es waren ganz ganz kleine lex die hat man nur ganz ganz schwer erkannt aber es hat doch irgendwie gestört wobei ich 80 fps hatte beim aufnehmen 70 fps keine ahnung woran das lag ich habe jetzt auch meine ja das jetzt meine zweite aufnahme oder mal nehmen ein dritter aufnahmeversuch weil er vor minecraft immer abgeschmiert ist muss ich den shadermod noch mal installieren und ihr wisst ja wie lange sowas unter umständen dauert damit es einerseits so unverbackt ist und andererseits hat auch das wasser so ist wie es jetzt gerade ist das ist schon schwierig beziehungsweise zeitaufwendig schwierig ist es ja nicht unbedingt ich hole mir nun mal das bett hier unten hin weil mich das ankotzt dass wir nicht hier schlafen können sieht natürlich jetzt nicht unbedingt so toll aus aber wir haben jedenfalls jetzt hier erstmal ein bett ist auch nur notdürftig jetzt mal eingerichtet gucken wir mal aufs feld und schauen mal wie es da unseren pflänzchen geht das sind die melonen glaube ich ja das sollte doch nicht mehr lange dauern bis wir hier unsere ersten scheibchen und abschneiden dürfen hier war sich noch bis das alles fertig ist wobei das hier schon ja man das schon aber ernten könnte aber nein ich lasse das erstmal hier kann ich ich würde gerne noch mal eine fackel setzen irgendwo am besten hier in die mitte wenn es geht weil in der nacht ist das doch ein bisschen dunkel hier auf dem feld aber wir versuchen uns da abhilfe zu schaffen und ja ist ein bisschen ist schon geil dass ich jetzt hier mal so wirklich aufnehmen kann ich konnte jetzt so lange nichts hochladen weil ich immer probleme mit dem mit der grafikkarte hatte also ich habe ja die mdbc letzte woche also am 24 benutzen dürfen ne vorletzter woche benutzen dürfen und habe es dann auch gemacht zwei tage lang richtig hart hier gesuchtet versteht ihr was ich meine so richtig hardcore battlefield und so bis mir dann am dritten tag die grafikkarte abgeschmiert ist und es nicht mehr wollte beziehungsweise ich konnte einfach nicht mehr gescheit spielen weil die lüfter von der grafikkarte direkt hochgedreht haben also die waren enorm laut also hat man den pc glaube ich quer durchs ganze durch die ganze wohnung gehört ähm aber naja ich habe mir jetzt dadurch ein bisschen hilfe abhilfe geschaffen indem ich einfach was ist denn das in dem ich die grafikkarte zurück am mindfactory geschickt habe und ähm da muss ich euch jetzt auch mal sagen also falls ihr irgendwo mal äh einen pc sucht oder irgendwas braucht oder ähm euch einen pc zusammenstellen lassen wollt dann ist mindfactory wirklich ein sehr sehr heißer tipp ähm bisher glaube ich ja auch total gute erfahrungen auch andere leute gemacht finde ich einfach eine super super sache was die dort haben die haben auch so ein internes forum wo man ähm problemlos fragen stellen kann sich austauschen kann und äh die user dort also die community die ist einfach so extremst geil dass sie äh einfach irre gut helfen den leuten und ähm ja es macht einfach spaß dort auch ja zu schreiben bzw zu lesen also wenn ihr wirklich mal ein pc braucht oder irgendwie sowas oder euch äh fragt hey kann ich die konfiguration von dem pc so und so machen dann könnt ihr das einfach ins forum posten und die gucken sich das ganze an und geben äh ja falls es nicht halt so ist auch gleich einen vorschlag oder halt gleich einen neuen warenkorb finde ich eine extrem geile sache also ich habe mich da richtig gefreut als sie sich so um einen gekümmert haben so liebevoll und ähm ist auf jeden fall ein guter guter tipp falls jemand was braucht auf jeden fall bei mindfactory vorbeigucken auch die preise die sind dort richtig gut also ich habe gesehen da gibt es so ein midnight shopping da kann man ähm nach 14 ne nach ja genau midnight shopping nach 14 uhr macht sinn genau ähm ne midnight shopping ab 24 uhr also nach 24 uhr muss man keine versandkosten zahlen aber das macht wenig sinn weil die preise so dann äh trotzdem steigen also die preise die fangen dann einfach an ab mittag ne ab mitternacht äh zu steigen also unbedingt sinn macht das jetzt eigentlich nicht aber ja so ach ist das schön wenn die sonne einen so begrüßt ich will jetzt aber trotzdem was zu essen haben deswegen mache ich mir mal bone meal damit die mal so ein bisschen was äh an essen dort haben so machen wir mal so den rest packe ich mal wieder zurück in die kiste und ähm vielleicht machen wir es mal diesmal so dass wir ein bisschen auf erkundungstour gehen wachse wachse warum warum wächst das nicht weiter müsste das nicht eigentlich jetzt schon so ein so ein so ein dingsie werden oder muss da wirklich ein platz frei sein dazwischen mal gucken ne habe ich umsonst weggeschlagen wahrscheinlich sehen wir mal wieder hin hat ja keiner gesehen geht ja ganz schnell so mal gucken vielleicht wird das ja noch was ansonsten hier machen wir mal da fertig und da fertig und ähm folge 100 da was ganz besonderes vorhabe ähm was genau das verrate ich jetzt an der stelle noch nicht ihr werdet das auf jeden fall sehen und ich bin gespannt wie das dann so wird ähm ich kann so viel verraten dass das minecraft let's play ganz ganz neu aufgezogen wird also ich versuche jetzt da schon so ein bisschen ja äh eine andere richtung anzuschwenken auch jetzt hier zum beispiel bei dem titel das hat man jetzt gemerkt bei der adventure map da habe ich jetzt versucht so einen anderen titel layout praktisch ein anderes titel layout äh zu ja zu bringen praktisch wo man erstmal schreibt wer oder was zockt und halt den titel zum beispiel ähm an den anfang ran packt ladies and gentlemen macht euch bereit auf eine scheiße es ist nacht äh komm wir gehen mal erstmal pofen hier unten und machen uns danach auf den weg so ich habe die playlist übrigens auch wieder erweitert da mal wieder ein großes dankeschön obwohl es wahrscheinlich eh keinen kümmern wird äh ein großes dankeschön an pc freak ähm der ja da immer schön die let's play folgen von also die die musik aus den let's play folgen von gronk postet bis man sehr hoch lädt sich die arbeit macht das heraus zu suchen finde ich auf jeden fall sehr sehr geil müsst ihr mal gucken falls ihr irgendwie minecraft ingame musik braucht dann ähm oder einfach nur eine schöne playlist haben wollt mit halt schön äh instrumentals aus liedern dann kann ich euch wirklich pc freak ans herz legen guckt mal bei dem ollen typen rein der hat mittlerweile glaube ich an die 300 folgen schon hochgeladen also eine sehr sehr geile sache habe ich mir mal die ganze playlist runtergeladen und gezügelt schöne minecraft musik im hintergrund wir müssen nur gucken äh es wird äh auch sachen dabei sein ach guck mal schöner blauer himmel ähm das hier muss ich übrigens nochmal bauen ähm ähm das herz muss ich hier das herz habe ich noch hinbekommen das rest muss ich den rest muss ich noch bauen weil ich da ja die ganze map nachbauen musste und demnach auch das herz und alles aber machen wir irgendwann mal oh ja ich werde auf dieses thema angesprochen von ihr oh ja das werde ich sowas von ich weiß es ja jetzt schon oh wir sind noch auf peaceful fällt mir gerade ein machen wir mal auf normal ist auch ein bisschen doof dass ihr nichts zu essen mitgenommen habt ne und dort haben wir ein hühnchen das jetzt tot ist vielen dank hühnchen für dein leckeres fleisch hier ist noch ein hühnchen vielen dank für dein lecker ja für eine leckere feder ist auf jeden fall lecker so komm mal hier machen wir auch mal dich kurz ein bisschen tot dankeschön und ein schaf das auf der klippe ein bisschen rumchillt das klippenschaf wird präsentiert von Volksbanken Reifeisenbanken so ungefähr ich will jetzt hier mal die gegend ein bisschen erkunden wobei ich hab keinen Kompass ähm ich mach mir mal schnell einen Kompass einfach nur um sicher zu gehen scheiß wie macht man sich einen Kompass hey das ist Kohle komm wir nehmen mal die Kohle mit einfach nur auch wegen der Experience Geh mal weg geh mal weg was das war's nee ich hab doch da noch was gesehen so wenn ich's schaff da hoch zu klettern dann ist das alles auch gar kein Problem so machen wir hier mal weg so ihr merkt ich komme mit dem Maus halt wieder super klar aber äh eine neue Maus kommt wie gesagt auch noch irgendwann mal und auch eine neue Tastatur damit ihr die nicht so immer klappern hört äh äh so und hier haben wir gleich ein Sumpfgebiet das ist vielleicht eventuell ganz gut wenn wir so äh ein bisschen so ein paar Slimes brauchen würden weil die spawnen ja im Sumpfgebiet das ist bestimmt doch gar nicht so schlecht ach guck mal ist auch geil ne ach ich glaub mit dem Shader Mod kommen wir doch eigentlich ganz gut zurecht also ich zumindest das ist immer so ne Sache ja klar wie kann wie lange kann man den noch ertragen wie lange kann man den sehen zu viele Let's Player benutzen den Shader Mod aber ich will einfach ich muss jetzt so lange drauf verzichten einfach nur weil mein PC zu schlecht war mi 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 aber äh